Willkommen hier bei profischnapp.de in Empfingen. Heute ein Schnäppchen von Willi Schillig für Sie. Und zwar die Garnitur 2105 Grace in einem super Longlife Leder Rot. Diese Garnitur ist ein Stück aus der Hauserstellung, wurde in Frohnach gezeigt und kommt deshalb zum absoluten Schnäppchenpreis zu uns. Das ist charakteristisch, ist diese sportive geduckte Form. Alles ein bisschen weich gemacht, ein bisschen rundlich gemacht. Und hier haben Sie einen tollen Sitzkomfort mit Hochlehnenkomfort. Wenn Sie es runter machen, sieht es sehr elegant und wenig blockig aus. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt würde ich mal dem Tisch einen kleinen Stoß geben. Warum? Weil die Gruppe kann sonst noch was. Hier ist nichts, hier ist nichts. Aber hier ist was. Ein motorischer Sitzauszug. Jetzt mache ich den Rücken ein bisschen höher. Um über 20 Zentimeter. Und das führt dazu, dass nicht nur Papa auf dem Longchair einen tollen Komfort hat, sondern auch Mama und Tochter und Sohn auf dem Zweisitzer-Anbau-Sofa. Eine Kombination mit viel Launching-Komfort, mit einer ordentlichen Qualität aus Oberfranken, einem super Spitzenleder Longlife. Kissen Sie nicht dabei, aber passen sehr schön dekorativ dazu. So, ja, was lässt sich noch zu sagen? Und ein absolutes Schnäppchen natürlich. Ich biete Ihnen immer nur Schnäppchen an. Hier in Empfingen steht die Gruppe jetzt im Moment direkt bei uns am Eingang. Der Motor ist so stark, der zieht nicht fast mit rein. Die Gruppe kostet bei uns mit Motor, so wie sie da steht, Abholpreis 2.494 Euro. Das ist über 1.000 Euro weniger, wie Sie beim besten Sonderangebot bezahlen. Und 199 Euro Versandkosten, Zwei-Mann-Spedition, freie Verwendungsstelle, also bis ins Wohnzimmer. Was wollen Sie mehr? 211.05 Grace, ein Schnäppchen für Sie. Würde mich freuen. Dankeschön und Tschüss. Dankeschön und Tschüss.